Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren illustren Runde von Matzes Podcast. Wie ihr hört, ich bin auch immer ziemlich angeschlagen, aber die letzten Tage habe ich mir ziemlich ruhig gestaltet und Medikamente tragen natürlich auch zur Heilung bei, aber nicht zuletzt eure ganzen Genesungswünsche, die mir auf sämtlichen Kanälen zugeregnet kamen, haben natürlich auch geholfen. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Normalerweise wollte ich dann wirklich erst am Samstagabend streamen, aber als ich eben diese Nachricht gelesen habe, ist mir einfach alles aus dem Gesicht gefallen und ich liege hier gerade alleine und ich muss mit irgendjemandem drüber reden und wenn das auch nur ein Monolog ist, aber alter Dirk Schuster und Stefan Franz sind also jetzt freigestellt. Das ist natürlich echt ein richtig, richtig krasses Ding, aber das habe ich ja beim Video vom Spiel gegen Kiel schon erwähnt. Ich habe mir schon gedacht, dass die beiden angezählt sind, aber dass es jetzt dann doch so schnell geht, ist halt einfach wirklich richtig heftig. Dementsprechend bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt, wie die ganzen Schuster raus und Kritiker und so weiter dahingehend reagieren, ob sie jetzt ein Freudenfeuer abfackeln oder ob sie einfach sagen, ja, scheiße, mal gucken, wer jetzt kommt, denn das ist natürlich die große und gigantische Frage, die mich auch wirklich sehr beschäftigt. Es gibt natürlich den einen oder anderen Kandidaten, den ich mir wünsche, aber die sind nicht bezahlbar oder eben nicht auf dem Markt, deswegen, ja, abwarten, was kommt. Gerüchte gehen ja schon die ganze Zeit irgendwie rum, wer eventuell kommen könnte oder sonst irgendwie, aber ey, das ist doch einfach der absolute Wahnsinn. Habt ihr wirklich gedacht, dass es so schnell geht? Das ging ja jetzt knallauf Fall und ich dachte ernsthaft, dass noch die nächste Woche abgewartet wird, wie wir eben gegen Magdeburg oder Nürnberg spielen und dann schauen wir, was dabei rumkommt und dann wird er entlassen gegebenenfalls, aber es ist nun mal tatsächlich so, dass es eben einfach zu wenig war, was in den letzten Wochen rumgekommen ist und meines Erachtens nach dann leider auch, und das meine ich leider im Sinne von menschlichen Gründen, ein wirklich, eine traurige Entscheidung, aber sportlich gesehen ist das eben die Reißleine, die wir hätten schon vor ein paar Tagen hätten ziehen müssen, denn das Vertrauen, wie ebenfalls im Video vom Spiel gegen Kiel erwähnt, ist eben immer mehr am Bröckeln gewesen und ich habe da die letzten Tage sehr viel darüber nachgedacht und da ist die anfängliche Bröckeligkeit doch eher zu großen Brocken geworden, denn ich habe mir eine Spielzusammenfassung angeguckt, wenn ich da liege, muss ich ja eben was machen, also schlafen geht zwar, aber irgendwann hat man ja mal genug gepennt und da kamen dann wirklich Spiele, wo ich mir einfach nur noch an den Kopf gefasst habe, wo ich wirklich nicht mehr nachvollziehen konnte, was das überhaupt für ein Spielzug war und ja, was da fehlt. Dankbar bin ich natürlich Dirk Schuster und Stefan Franz dahingehend, dass wir eben die Relegationen positiv gestaltet haben und wegen ihm auch in der 2. Liga sind, hatten letzte Saison auch eine doch unterm Strich dann stabilere Spielweise, aber eben nur auf dem Papier, denn die Rückrunde war halt einfach scheiße und nach anfänglichem Struggeln in dieser Saison war dann ja ein bisschen ein Aufwärtstrend, ein bisschen ist gut, wir waren ja eine Nacht auf dem ersten Tabellenplatz, aber jetzt, was da eben in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, ist einfach viel zu wenig und dementsprechend krass, also einfach nur krass. Ich hätte nicht gedacht, wie erwähnt, dass es eben so schnell geht. So, jetzt bin ich gespannt, was ist denn eure Meinung dazu? Was denkt ihr? Wer kommt als nächster Trainer? Habt ihr da schon einen Aussicht? Gibt es einen Wunschkandidaten? Wie glaubt ihr, wird die Mannschaft reagieren? Gibt es jetzt einen Aufbäum beim Spiel gegen Magdeburg und wir holen den Dreier? Oder ist das jetzt so eine Art Schockstarre, dass wir jetzt erstmal das Ganze verarbeiten müssen und bekommen doppelt auf den Sack? Also es ist einfach so krass und deswegen musste ich das eigentlich direkt mit euch besprechen. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr noch einen schönen Resttag habt, einen guten Start ins Wochenende dann morgen und für all diejenigen, die auswärts fahren nach Magdeburg, gebt Vollgas für mich mit, trinkt einen für mich mit, passt aber bitte auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns auf der Couch. Also, wir sehen uns auf der Couch. Also, wir sehen uns auf der Couch. Vielen Dank.